sag was sag was 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 moin ihr schlawutzkis glauben wieder hier ist da ja könnte sich auch mal vorstellen also ich und frau kaiser ja ich rede doch gerade dann quatsch doch nicht spaß spaß was sagt die doch also wir machen hier die szenarien fahren alle schiffe jetzt ist igor dran extra für dieses event sind ja leider nur event schiffe wäre cool wenn man die immer fahren kann aber deswegen haben die auch an elf und ja artillerie vier mal vier einsatürme 152 mm lächerlich und flugabwehr wieso ist der flugabwehr ich meine wozu ist eine flugabwehr drauf egal 24 knoten in dienstgestell keine ahnung heute und ja ich würde sagen wir legen los leider ist es immer nur ein szenario um das gleiche also die transilvania eskortieren und beschützen nicht wahr wie findest du das ich finde es cool ja ich überlege gerade warum schieße ich denn jetzt die transilvania schützen igor komm du fett sich aus oder fährt nicht oder von drei mit von uns so wir gucken uns mal die igor an hier so und monschein schön sieht das aus das schöne verzierungen ja haben sie echt mühe gegeben die klingt so manchmal so klingt 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 ja 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 oben die dinger da kommen ja dann noch so kommt ja noch so stromgeruhig und so dann ne es geht los ok die transilvania darf nicht zum stehen kommen was jetzt schon fehlgeschlagen wieso ist das jetzt zu viel geschlagen ja weil die stand der zerstörer ist ja nicht im kreis geblieben was für ein dreck ich bin der besser das sieht auch aus wie die Feuerwehr hier so fliegen ja dumm ist auch du guckst doch nicht wo du hinfährst na ja wieso soll ich immer gucken ok wir haben Gegners hier jemanden vor mir oh wie süß burrn what the fuck weißt du wie du locker im kreis bleiben kannst naja will ich die Geschwindigkeit rausnehmen dd also ich fahre jetzt drei viertel aber vielleicht gehe ich auf die hälfte oh ich muss doch wieder ein bisschen gas geben sonst bin ich gleich im kreis raus oh versinkt naja ist ja keine leistung hier guck ich hab irgendwie versehentlich dich getroffen wo direkt neben mir stand es okay aber wie gesagt es war äh viersehentlich verstehe stimmt soo hier ist noch ein katapult schon wieder um ne um ne um ne um ne ecke hier das schiff sieht so witzig aus ne mhm oh katapult ist weg ne jetzt ist er wieder da ich dachte erst er hat ihn grad auf voll einer reingesammelt so ne nix kann man gleich ne ne nix nix du hier die katapulte sehen aber auch verdammt geil aus muss ich ehrlich mal sagen mhm nix 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 Alter, geh doch mal ein. Geh doch ein, Junge. Man kann die auch... Okay, ist weg. Du sitzt da oben, da ist schon dein Kegner. Du bist einer Kegner. What a dead hit. I'm burning. Teuer Alarm. Problem gelöst. Da schießt sich keiner auf dieses beknackte Katapult oder was? Gott, ey, wer ist das denn jetzt? Wo ist das Katapult? Das muss weg. Oh, Mann. Echt? Das hat diese Transilvania. Das ist immer das gleiche mit der. Oh, oh, oh. Und wie du abbremst. Scheiße. Zwei Brenner drauf. Kommt nicht cool. Nee, eigentlich nicht. Oh, ich glaube, ich mach's nicht allzu lange. Ich muss mal wieder weg hier. Hinter mir ist auch so eine Drecksau, ne? Glaubst du nicht? Ich hab drei Brenner drauf. Wie soll ich die löschen? Da wollen wir nur 17 Sekunden für. Das ist diese beknackte Sekundäre, die hier die ganze Zeit ballert von dem Vogel hier. So, die hinter uns, die interessieren uns erstmal nicht. Die ignorieren wir jetzt. Weißt du, was voll nervt? Wenn ich ständig hier ausweichen muss, weil alle hier auf diese beknackten Schiffe umblicken zielen und nie hingucken, wo sie hinfahren. Ja. Ich auch. Oh, stirb, du kackert Pult. Oh, 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 oh. ... Ich glaube ich bringen hier an, das Ding. Oh, jetzt kann ich nicht drauf schießen, weil das weg ist. Das ist weg, jetzt ist es richtig weg. Zum Sinne von nicht mehr da. Scheiße, ich muss zurück in den Geist. Wie ewig wurde entdeckt. Oh, verreckt doch, Jung. Mann, der fährt voll rein hier. Der muss aber schnell weg hier. Tschüss, gute Bar. Scheiß Sekundärpisse hier, ey. Okay, alles weg. Holy smokes. Gonna fuck you on the face. Ich mach's aber auch nicht mehr lange, ne? Glaub ich. Da ist ein Katapult. Da muss noch weg. Osa. Scheiße. Ich bin gleich weg. Ich bin auf dem Katapult. Irgendwie... Ich weiß nicht, was die anderen machen würden. Keine Ahnung mehr. Ich hab nen Torpedo abbekommen. Ich werd erstmal gerammt. Wieso hab ich nen Torpedo abbekommen? Ja, von einem von uns. Das kannst du mal laut sagen. Der scheiß Katapult ist auch weg. Ist eigentlich die Rasputin. Komm, da ist sie. Da hinten. Oh shit. Da müssen die Schlachtschiffe rauf. Fuck. Okay. Ist gleich glaub ich frei. Ich glaub auch da. Oh, krass war cool. Endlich. Fuck you, man. Dieser kleine Schwanzpimmel. Gegner im Kreis. Der zerschreddert mich hier mit seiner Sekundären. Oh, ich bin der nächste neben mir. Fuck. Hey, ne Witzgeil. Das ist ja mal nen Dreck hier. Da wär schon wieder irgendwer Torpedos hier. Ich hab 93 Dreck. Naja, ich... Ich bin jetzt langsam so im 130er Bereich gleich. Okay, der ist auch weg. Oh, ist die Rasputin? Nooo, die ist so nah. Oh fuck. Muss ich nur ein bisschen Schaden machen. Ich bin gleich weg. Keiner hat auf Rasputin geschossen bisher, ne? Ah. Woop. Oh, ich bin weg. Das schaffen die nicht. Das war ja mal richtig mies. Ah ah. Ist ja auch nicht einfach. Der nächste ist weg. Ne, ist schon ein bisschen kniffliger, ja. Ah. Sansovania brennt. Ich glaub die ist gleich eben über. Ach, die brennt schon die ganze Zeit. So, Blade ist auch vielleicht weg. Rasputin wird ihn ver... Der hat ja vier, der hat vier Brände drauf. Wuuuuh. Ohhhh, alter Schwede ey. Weißt du wieviel Brände ich im Fach hab? 26 Brände. Aha. Ohhhh, leck mich im Arsch ey. Wieso bin ich pink? Ich doch nicht. Guck doch im ausführlichen Bericht. Ha, siehste, guck mal. Jetzt bin ich aber auch nicht ganz unten. Du bist schon wieder ganz oben, wie sie es verstehen. Weil ich gut bin. Also, ist das doch so. Ein verbündet verursachter Schaden. Ja, musst du mal gucken, wo du dabei warst. Oben bei den Schiffen. Ich hab aber so viele Schiffe geschossen. Ich bin ein Teamkiller? Hä? Guck mal, ich seh zum Beispiel, ich hab 330 Schaden auf dich gemacht. Ich muss 5 Gefechte machen, bis das aufgehoben wird. Hä? Hä? Wen hast du denn versinkt? Ich hab keinen versenkt. Ich hab 7000 Schaden gemacht. An Verbündeten. Tja. Irgendwas stimmte ja nicht. Ich glaube, das liegt an diesem Schiff. Dass ich den gerammt habe. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Ja. Oder auch dich. Viel Spaß noch beim Spielen. Bum und do. Holla die Waldfeele. Lass knacken. Und bis demnächst dann. Ciao, ciao. Ciao.